So jetzt noch mal ein kurzer Aufruf an euch alle, mann alter ey, bietet mal, bietet mal, oder sagt jemand Bescheid, den es vielleicht interessieren könnte, der Posten Fahrräder, 12 Stück, Fahrradrahmen, bei Fahrradladen Berlin, auf Ebay, noch kein Gebot, ich fass es nicht, 10 Beobachter, aber noch kein Gebot, kann doch nicht sein, was ist denn da los, vielleicht kennt da jemanden in Berlin, der so was hier brauchen kann, oder so, das ist doch günstiger, das geht doch ja nicht mehr, was soll denn das, was ist denn da los, ich lasse durchlaufen, so oder so, ist mir scheiße, ja, und wenn es kein Euro bringt, dann habt ihr das davon, das stellt in der Fahrradladen ein, komplett, stampfig, alle zusammen, machen großen Couch durch draus, oder so, kommt alles in die Presse, so, nee, natürlich nicht, aber, was ist denn da los, bieten, 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 also, immer schön dranbleiben, wehe, später gibt es keine Ergebnisse,